Waffen für Islamisten, Armee Syriens Hetepo von Al-Nusra Front aus, Waffen aus USA, Deutschland und Tschechien gefunden, von Karin Leukefeld, Damaskus, US-Präsident Barack Obama hat seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin vorgeworfen, in Aleppo mit rücksichtslosen Bombardierungen die dort eingeschlossene Zivilbevölkerung zu gefährden, Moskau helfe den syrischen Streitkräften, humanitäre Lieferungen zu blockieren, dennoch werde er sich weiter bemühen, mit Russland eine Diskardation der Lage herbeizuführen, so Obama bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, Ortszeit, im Pentagon, er wolle die russische Kooperationsbereitschaft testen, um einen Weg zu finden, über den politische Verhandlungen beginnen können, Putin konterte mit dem Vorwurf, dass Washington seit Jahren islamistische Kampfgruppen in Syrien bewaffnet hätte, die Sicherheit und Stabilität nicht nur dort gefährdeten, russische Kampfflugzeuge hatten seit Mitte Juli Stellungen der Al-Nusra-Front und ihrer Verbündeten in und um Aleppo angegriffen, die Gruppe, die sich inzwischen in Front zur Eroberung Syriens umbenannt hat, gilt als das Rückgrat der Oppositionellen Kampfverbände, wie es in der libanesischen Tageszeitung Al-Safir hieß, das Hauptquartier der Islamisten in Bani Sa'id im Umland von Aleppo konnte inzwischen von der syrischen Armee gesichert werden, dabei stießen die Truppen auf ein Depot, in dem modernste Waffen gefunden wurden, Filmaufnahmen-Zweigenwaffen, die mehrheitlich aus den USA, Deutschland und der Tschechischen Republik stammten, hieß es in einem Bericht des von Russland finanzierten Senders RT, der die Bilder veröffentlichte, gefunden wurden große Mengen Munition, Mörsergranaten und Bodenluftraketen, besondere Aufmerksamkeit erregten Tosysteme, moderne Antipanzerraketen, die aus den USA stammen, Charles Schöbriedke, ein ehemaliger Offizier der britischen Armee, wies gegenüber RT darauf hin, dass die USA bereits 2015 öffentlich angekündigt hatten, Antipanzerraketen vom Typ, Tos, an, moderate Rebellen, in Syrien zu liefern, wie schon in anderen Fällen waren die Waffen rasch in den Bestand der Al-Nusra-Front übergegangen, die die moderaten Rebellen überfallen und ausgeraubt hatten, die unter anderem von Deutschland und der Europäischen Union unterstützte Organisation Konfliktarmament Research hat wiederholt dokumentiert, dass Waffen, die an die Golfstaaten, an die nordirakischen Peschmerga oder an die vom Westen als moderat bezeichneten Kampftruppen geschickt worden waren, im Laufe der Gefechte in den Besitz der Al-Nusra-Front oder des islamischen Staates übergegangen waren, trotzdem werden die Lieferungen über die Türkei und Jordanien an die Islamisten in Syrien nicht unterbunden, wie der Bericht des Reporter-Netzwerkes Birn Ende Juli öffentlich machte, siehe JW vom 2.8, Beobachter sind sich einig, dass die Zukunft Syriens sich militärisch in Aleppo und in Idlib entscheiden wird, in Idlib Ageti von der Türkei, Saudi Arabien und Qatar unterstützte Armee der Eroberung, zur Zeit versuchen tausende Söldner dieser bewaffneten Verbände, eine Nachschublinie für die in Aleppo eingeschlossenen Milizen frei zu kämpfen, bisher konnten sie allerdings die Abregelung durch die syrischen Streitkräfte und deren Verbündete nicht durchbrechen, sollte die syrische Armee weitere Erfolge erringen, werden die Kampfgruppen früher oder später aufgeben und sich auf einen verhandelten Abzug einlassen müssen, derweil bezahlt die Zivilbevölkerung weiterhin für den Krieg mit Gesundheit und Leben